So kann es doch nicht weitergehen. Es ist jedes Jahr derselbe Mist. Seit ihr die Zwerge verbannt habt, gedeihen keine Pflanzen mehr. Alles verrottet. Schluss jetzt mit dem Gerede. In meinem Königreich haben die Zwerge nichts mehr verloren. Wenn du ein großer Eroberer werden willst, darfst du dich nicht mit Kleinkram abgeben. Nur was groß ist, ist gut. Er ist immer noch abnormal. Du wirst niemals in meine Rüstung passen. Das heißt, kein Turnier? Nicht für dich, Theo. Wie ich sehe, darf der Königssohn heute rauskommen? Ein bisschen Spiel? Zu schade, dass der König seinen eigenen Sohn nicht zu eurem Turnier angemeldet hat. Es war ihm wohl zu peinlich. Ich werde trotzdem am Turnier teilnehmen und dann zeige ich es euch. Hilfe! Hilfe! Du bist Laurin, König der Zwerge. Zum tausendsten Mal. Es heißt nicht Laurin, es heißt Lauri. Mit Betonung auf dem Au. Au! Genau. Ein Angriff auf die Königsburg, das kostet was. Das weiß ich doch. Das ist ein magischer Kraftgürtel. Verleiht einem die Kraft von zwölf Männern. Die Spiele mögen beginnen und auch Stärkere gewinnen. Ich mach dich fertig. Jetzt hau ihm halt eine. Oma! Eroberin der Beste sein. Immer geht es euch Menschen nur darum. Die arme Eliten greifen an. Unser erster gemeinsamer Kampf. Warum müssen Kinder immer so finster dreinschauen, wenn sie mal was mit ihren Eltern unternehmen sollen? Ja, so mag ich es. Und schon geben, die Spiele club rather nicht. Ein Wichelschuster. Wie Vielen Dank.